Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gründlich Erklärt. In diesem Video zeige ich dir die Bildung und den Gebrauch des Conditionell Présent. Grundlage für dieses Video ist das Futur Simple. Falls du dir unsicher bei der Bildung des Futur Simple bist, dann schau dir bitte zuerst mein Video dazu an. Den Link findest du in der Infobox. Wenn soweit alles klar ist, dann kommen wir auch schon zum Conditionell Présent. Und die Überraschung ist, du benutzt das Conditionell bereits, ohne dass du es weißt. Du verstehst sicherlich den folgenden Satz. Du nickst jetzt bestimmt mit dem Kopf und denkst dir, na klar, es heißt, ich möchte eine Schokoladentorte bitte. Genau. Damals hat dein Lehrer bzw. deine Lehrerin bestimmt nur gesagt, dass das ich möchte bedeutet. Jetzt lernst du, dass je voudrais eigentlich die Conditionell Présent Form von vouloir ist. Und damit kommen wir auch schon zur Bildung. Die Bildung der Formen des Conditionell Présent ist sehr einfach. Vorausgesetzt, du kannst das Futur Simple und die Endungen des Imperfait, wovon ich ausgehe. Wir setzen einfach beides zusammen. Wir nehmen also den Stamm des Futur Simple und fügen die Endungen des Imperfait ein. Du siehst hier auch schon die Beispiele für die regelmäßigen Verben auf ER, RE und IR. Vereinfacht gesagt hängst du die Amperfait-Endungen an den Infinitiv an. Aber schau dir auf jeden Fall mein Video zum Futur Sample an, um die Regel gründlich zu verstehen. Wichtig ist auch, wie beim Futur Sample, dass vor den Endungen immer der Buchstabe R steht. Fehlt an dieser Stelle das R, dann solltest du wissen, dass du etwas falsch gemacht hast. Du kannst dich also dadurch auch selbst kontrollieren. Die unregelmäßigen Verben im Conditionell Présent sind dieselben wie beim Futur Sample. Auch hier musst du also nichts Neues lernen, sondern nimmst dieselben Stämme und hängst einfach die Amperfait-Endungen dran. Ich empfehle dir ferner, die Formen von aller, avoir, être und faire gut einzuprägen. Klären wir zuletzt den Gebrauch des Conditionell Présents. Mit dem Conditionell Présent kannst du etwas auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken. Zum Beispiel als Wunsch, un désir, un souhait. Elles aimeraient faire du Shopping dans une boutique de luxe. Sie würden gerne in einer Luxusboutique shoppen, einkaufen. Oder sie möchten gerne in einer Luxusboutique shoppen oder einkaufen. Als Vermutung oder Annahme, une Hypothèse, il ne mangerait plus de Fastfood, n'est-ce pas? Er würde kein Fastfood mehr essen, nicht wahr? Wenn er etwa wüsste, wie es hergestellt wird. Oder als Ratschlag, un conseil. Moi, j'achèterais la jupe rouge et la chemise verte. Ich würde den roten Rock und das grüne Hemd kaufen. Oder aber auch als höfliche Bitte. Polites, also Höflichkeit. Pourriez-vous vous dépêchez, s'il vous plaît. Könntet ihr euch bitte beeilen? Du siehst, dass wir im Deutschen oft den Ausdruck Würde haben. Ich würde das und das tun oder dieses und jenes machen. Auch ein Möchtest-tu oder Könntet-Ihr deutet darauf hin. Jetzt kommen noch eine kurze Zusammenfassung und eine kleine Übungsaufgabe. Bleib auf jeden Fall dran, weil ich noch den ein oder anderen Tipp beim Lösen der Aufgabe gebe. Zusammenfassung Für die Bildung des Conditionell Présent nimmst du den Stamm des Futuresample und die Endungen des Imperfait. Entsprechend sind die unregelmäßigen Verben dieselben wie im Futuresample. Du musst also keine neuen Formen auswendig lernen. Mit dem Conditionell Présent kannst du Wünsche, Vermutungen und Annahmen, Ratschläge, höfliche Bitten und zurückhaltende Äußerungen ausdrücken. Jetzt kannst du zwei kleine Aufgaben lösen. Wenn du zunächst selbst ein wenig nachdenken möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit, das Video zu pausieren. Bist du bereit, dann kommen hier die Lösungen. Die richtigen Formen in der ersten Aufgabe sind Je courais und vous sortirais stehen im Futuresample, das sieht man an den Endungen. Und il trouver steht im Imperfait, hier fehlt nämlich das R vor der Endung. Gerade zwischen Imperfait und Conditionell gibt es eine große Verwechslungsgefahr, also hier bitte besonders aufpassen. Bei Aufgabe 2 lauten die Formen wie folgt. Satz 1 Das wäre ein Ratschlag, dass man die Schokoladentorte mit Kirschen vorziehen würde. Achtung auf den wechselnden Akzent im Stamm. Satz 2 Es ist eine Vermutung, dass Lea verrückte Geschichten erzählen würde. Satz 3 Hier wird der Wunsch geäußert, den Urlaub in der Bretagne zu verbringen. Voudrian ist unregelmäßig und kommt von Vouloir. Satz 4 Die Bitte in diesem Satz ist, du solltest diesen YouTube-Kanal abonnieren. Zwinker, zwinker. Auch devrait ist unregelmäßig und kommt von Devoir. Das war's, ich hoffe, du hast jetzt den Durchblick. Des Weiteren kannst du deine Fragen und Anmerkungen gerne unten in die Kommentare schreiben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und lass einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. A la prochaine!